hallo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir hier ja das patch 1.3.0 ist draußen und wir haben das ganze mal durch analysiert haben es ins deutsche übersetzt also wir ich und der oktober und ja ich zeige euch mal was da so neu ist fangen wir an haben ja heute unseren dienstplan übrigens also die patch notizen 1.3.0 allgemein die funktion zum teilen von dienstplan wurde hinzugefügt also mit dass man den roster teilen kann habe ich in meinem anderen video schon gesagt ii hf turnier hinzugefügt mit diesen acht teams die lizenziert sind habe ich auch gezeigt vorhin schon wer es nicht gesehen hat schon bei youtube vorbei wir haben die spielweise die sich ändert die ihf playoff overtime regeln hinzugefügt ich glaube es war vier gegen vier bin mir ganz sicher aktualisiert das internationales regelwerk um neue ihf änderungen wieder zu spiegeln also da auch der die anpassung an die von den jahren von internationalen regeln verschiedene physikalische verbesserungen einstecken jetzt in englisch also verbesserungen verbesserte auswahl von menschlichen teutern bei reflexen im was reflex würfen im satz also beim weil set ok also menschliche teute aber gerade bei bei cell und so sachen es wurde ein problem behoben bei dem die ausrichtung des benutzers auf den torwart nicht aktualisiert wurde wenn der puck hinter dem netz getragen wurde hat das dann quasi die falsche richtung schottel habe ich jetzt wirklich gehabt wir haben es wurde ein fall behoben bei dem spieler den puck stoßen konnte und und anstatt geschwindigkeit zu tragen bleibt der in ort und stelle habe ich auch manchmal gehabt dass ich eigentlich rankommen und dann mein spieler weiter ist wie heißt es in englisch fix the seas a case where the players would poke the puck and instead of carrying it well there's so wie it was down in place genau dass der quasi nach einem poke check der puck nicht weiter gerollt ist oder gerutscht ist sondern einfach liegen blieben ist so ein problem behoben bei dem der puck bei einer kollision mit brettern stecken blieb hatte ich auch dass er dann wirklich in der bande war und dann hat es ein paar sekunden gedauert bis der schiene abgepfiffen hat diverse gameplay absturz und die sink fix ist aber gerade bei bei im rivals im hut jams bei den score battles oder auch im 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 rush teilweise hatten präsentation x-faktor fähigkeit anzeige aktiv und wender status tuning okay habe ich es noch nicht gesehen verbesserung der post tor sequenzen des timings war ja auch viel das nach und nach dem tor eben alles ja jubel und alles mögliche maskottchen also das also gepasst hat in der creation zone haben wir schuss paspias attribute beim erstellen von spielern hinzugefügt 0 bis 15 0 ist mehr schüsse 50 mehr pässe das hat man hier dann hinzu für wer einen spieler erstellen will oder macht jetzt auch sinn spieler zu erstellen gerade für den für den roster sharing fix für benutzer gesteuerte teams die im spiel keine namen nummer auf dem trikot anzeigen gab es auch mal dass dann die wirklich die trikots blank waren ohne name ohne nummer sah komisch aus franchise modus gab es auch neue sachen sehr interessant für unsere für unsere all trades accepted serie strategie vorlagen hinzugefügt die für entwurfs interessenten generiert wurden okay es wurde ein problem behoben bei dem cpu teams die von ihnen entworfenen potenziellen elite low interessenten nicht unter vertrag nahmen also gerade dieses hat man dieses potenzial wo man den spielern sieht und dann sind anscheinend die elite low nicht unter vertrag genommen worden bei bei den anderen computer teams ist mir nicht aufgefallen verringerte gehaltserhöhung bei spielern wenn diese sorgen mit hoher leistung haben also dass wenn es als spieler 100 tore schießt im spiel oder in einer saison da dass dann ist die gehalts nicht so hoch steigt verringer der handelswert boost für torhüter über 34 jahre werden sie die saison mit hohen leistungen haben also auch wenn jetzt ein torwart auch schon älter ist und dann noch trotzdem gute leistung bringt dann kriegt er nicht so viel so bringt er nicht so viel handelswert mehr verringer der auswirkung auf den handelswert von x faktor okay fix für das play next game kachel dass das matchup im hub nach dem handelsfrist nicht anzeigt also quasi das nächste nächste spiel im französ modus ist mir nicht aufgefallen ich habe noch kein spiel im französ modus gemacht ein absturz beim starten einer 32 erweiterungs französ mit benutzer definierter karte wurde behoben und durch die spieler unter französ erstellt wurden also wenn ihr diesen nicht über klassisch stellt oder mit seattle sondern das 32er team selber erstellen wurde gab es ja anscheinend ein problem bei seien profi oder bia pro verschiedene konversationskorrekturen also grau was diese unterhaltungen angehen verschiedene ui-korrekturen kunst also die art die der die mittelkreis zone von center center ice layouts hier steht es richtig und aktualisiert blackhawks im united center das logo und der text der minister oder wild im excel energy center wurde auch schwarz und nicht auf grün aktualisiert boah das ist schon ein bisschen herrlicher dort drin also in echt dort war das kann ich nicht beurteilen wie das da aussah dann haben wir einige neue trikots die hinzugefügt oder aktualisiert wurden darunter von den el americans das alternative trikot aus der e chl florida ist jetzt selber ich lieg es nicht einzeln vor einer del eigentlich so gut wie alle das von den eis tag ist vorhin auch gemerkt da ist jetzt nicht mehr das das schwarze vom letzten jahr drin sondern auch dass das blau weiße von diesem jahr bei den anderen del teams habe ich nicht geschaut aber denke mal da wird es genauso sein dann eben die ganzen trikots sind alle aktualisiert worden ich habe vorhin noch ein altes österreich trikot irgendwo gesehen aber wahrscheinlich noch im auktionshaus drin und es ist noch nicht rausgegangen aber sonst alle alle auf den neuesten stand auch auf diesen slim fit oder auf diesen ja auf diesen neuesten rbk style macht und nicht mehr diese diese vierkischen kästen was wir vorher hatten ja hier sieht man es von deutschland ausrüstung ja diverse neue das war dieses dieser sherbet wrecker wo abends auch werbung dafür gemacht diese diverse sticks torwart schläger spieler stock handschuhe alles noch dazu gemacht dann verbesserung an der ausrüstung es wurde ein problem behoben bei dem das arena glas in der columbus blue jacket nationwide arena zum eis neigte okay es wurde ein problem behoben bei dem die fans im senn-nosee senn-nosee sharks sap center durch die strafbänke kletterten das ist ja wie bei tai domi damals wurde ein problem behoben bei dem ein kameramann der vegas golden knights t-mobile arena durchs glas schneidet ja genau den haben wir ein paar mal gesehen die haben auch voll gefeiert genauso wie den angler der mit unten steht so dein problem behoben bei einigen nhl freizeittrikots geisterhafte logos aufwiesen also die casual casual eben in bia pro ok welt von chel haben einige probleme zusätzliche inhalte für world of chael für bevorstehende herausforderungen zugefügt schauen sie regelmäßig vorbei um die neuesten coolen neuen inhalte zu sammeln ja spiele ich nicht aber ist ja immer gut wenn da auch was neues kommt sagen wir so mehrere probleme behoben bei dem text aufgrund eines ähnlichen farbigen hintergrunds nicht sichtbar war so ein problem behoben bei dem der text auf spieler ebene während der anzeige von spieler loadouts aus der umkleide kabine zu dunkel war so ein problem behoben bei dem der text der loadout klasse abgeschnitten wurde von den einer kurzen zu einer länger benannten spieler klasse gewechselt wurde ich weiß wo sich aber dieses bia pro dieses pro m er gespielt für diesen x faktor und da waren teilweise haben sich da auch layouts oder oder texte überschnitten man konnte etwas nicht lesen das habe ich zum beispiel damals festgestellt oder ein problem behoben bei dem einige der besten listen komboboxen unten angezeigt wurden soll ein problem behoben bei dem der das aufsteigen von xp auf dem bildschirm chael herausforderungen die die ui der spieler ebene oben rechts nicht aktualisiert hat oder ein problem behoben bei dem die vorige punktzahl am ende des zeitraums während des aktuellen nis also nis am ende des zeitraums in clubs angezeigt wurde oder ein problem behoben bei dem call outs in dynamischen bannern fehlten oder ein problem behoben bei dem der name des job in teams kurz angezeigt wurde nachdem vom job in in den clubs spieler modus gewechselt wurde oder ein problem behoben bei dem bilder also ich denke mal wer hier wer hier wirklich world of shell intensiv spielen nicht bloß diese 12 20 spiele gemacht hat wie ich hier in dem pro m wird das sicher mehr mehr mitreden können aber ich will es trotzdem in der vollständigkeit durchgehen auch wenn mein content ja meistens überhut ist also es wurde wo waren wir denn hier es wurde ein problem behoben bei dem naja haben wir schon gehabt es wurde ein problem behoben bei dem die bilder in einigen ladebildschirmen fehlten oder ein problem behoben bei dem der ablauf nach dem spiel für den fortschritt der klubsaison nicht die anzahl der unentschieden anzeigte kommen da noch einiges es wurden einige probleme behoben könnt ihr gerne auf der ea sports seite noch mal durchschlagen ich habe es mit google translate übersetzt also wäre das hier alles ich denke mal rein was so aussieht alles so optische sachen und nichts jetzt was wirklich fürs spiel intro animationen statistiken team logos farb wechselung okay und dann im hut möglichkeit für spieler hinzugefügt hut inhalte zu übertragen aktualisierte x-faktor master item grafik für jack eichel genau habe ich gesehen x-faktor master item grafik für ducky hamilton mark florian sat jones da war ja immer noch diese ja die waren bloß die spielerkarte ja wo schon als 86 dort und sah komisch aus ist auch auf dem x-faktor design problem behoben bei dem synergie nicht im bildschirm linien bearbeiten angezeigt wurden ja habe ich auch mal gehabt genau problem bei denen die synergie nicht im handels angebots bildschirm angezeigt wurden verschiedene ui fixes da mehr haben wir jetzt hier nicht da interessiert mich aber jetzt gerade ehrlich gesagt ob es möglich ist das so rein persönliche man konnte zum beispiel auch nicht im auktionshaus nach rechts und links schießenden spielern sortieren das würde ich jetzt mal gerne gucken das hat auch noch gefällt kam es hier nicht drin ist mir das bus gerade so selber so eingefallen dass man eben hier nicht zu tieren konnte ob jetzt einer rechts oder links schießt und der vollständigkeit halber schauen uns jetzt auch noch die die x-faktor karten von den von den drei kollegen an die sich jetzt hier geändert haben und die karte bleibt die gleiche da tut sie ja nichts dran oder bis jetzt nichts hier mark an der flurry jetzt auch hier die 88 version eben mit der richtigen im richtigen layout wenn man noch gehabt seit schon was auf jeden fall der ist hier unten auch jetzt hier ab der 83 karte dann eben ist das richtige layout und bei ducky hamilton müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen suchen jetzt nicht auswendig wurde er ist hier ist er ducky hamilton geht auch ab der 84 karte dann auf das neue layout und verhauch jack die eichel komplett im wegas outfit also ich finde es gelungen dafür dass er noch gar nicht am eis war für die auch das bild hier photoshop sei dank haben sie es umgemodelt auf wegas aber wenn man es jetzt nicht wüsste dann würde man meinen der spielt schon immer da dabei noch kein spiel für die bestritten aber finde ich auf jeden Fall gut dass es dann doch doch menschen so einer wechselt das ganze jahr weil man wir haben ja viele karten wo dann schon ja lang den verein gewechselt haben ich aber auch vorhin habe ich ihn gezogen den paul bittner der spielende del war eine mora karte zum beispiel solche spieler die dann ja die dann halt noch ja kann man bei dem verein sind dann schleppen wir das ganze jahr durch und dann teilweise ich weiß bei letztem jahr war es beim beim carl soderberghs oder war es die da war es die boston karte glaube ich und er war dann dazwischen erst bei arizona dann bei colorado und dann dann am schluss ganz weg und mir hat immer noch die alte karte von ihm also so finde ich ganz gut dass die aktualisiert haben gerade bei so x faktor karten ich meine bei jeder silber karte muss man das glaube ich nicht machen aber finde ich ganz nice von dem her ja das war der neue patch die neuen patch sachen was da drin sind und nachher gibt es dann noch die belohnungen von meinen squaw battles und was neues an connet rauskommt also heute noch mal ein video hinterher liken abonnieren immer liken am besten immer liken alles liken all die videos von mir anschauen einfach liken sauber bleiben sowieso ciao